ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal mein name ist tristan und ich bin heute nicht alleine denn ich habe prominente gäste bei mir den lieben kollern und ja wir sind ja beide stecken gerade quasi mitten in der bewerbungsphase für die nationalmannschaft und am kommenden wochenende also wir haben heute dienstag und am kommenden wochenende ist das erste assessment center und wir haben einfach mal beide zwei unserer listen ausgepackt und die zeige ich euch gleich wenn wir die aufstellung fertig haben und nehmen euch heute einfach mal so ein bisschen mit bei dem spiel wie es so läuft so kleiner nachtrag wir haben den sechzehnten achten und kohlen hat aufgestellt ich auch und kohlen ist ja eigentlich bekannt dafür damit ihr so mal seht so sieht es hier aus für seine nörgeln mit der rock bringer liste war er sehr erfolgreich auf dem letzten mini paradise aber auch mit den fliegen noch in osnabrück jetzt fire slayers kohlen und jetzt für uns doch vielleicht einmal durch was haben wir denn einmal hier auf der linken flanke also erstmal spiel offene natürlich das heißt die großen kriegen alle zwei runden mehr genau ich kann jedem mount rate vergeben und dann ist es halt recht simpel ich habe vier große dicke dabei fangen wir mal von mir an am besten das ist der general der rune fahrer der kann hat blood of the berserker das heißt er kann einmal im spiel zweimal kämpfen mit fight last aber dann hat er die axe of grimnir plus 1 auf dem ram plus 1 auf dem damage auf seine axt und er hat den mount rate code of ancient das bedeutet minus 1 damage gegen sich dann haben wir den rune smiter dabei das ist der priester auf magma noch die haut ein bisschen weniger ein ist er so ein support piece dann haben wir den ersten rune sound auf magma oder vier mit der falschen bewaffnung spiele ich natürlich mit der axt der hat die zunge dabei das heißt er schießt halt ein bisschen besser dann haben wir hinten den kleinen rune master zu fuß der kennt alle gebete also auch support den battlesmith hier hinten hinter versteckt hinter dem magma drog der gibt mir einfach ein wort und gibt mir ein 4 plus rallye für meine vulka als die hier stehen einfach billige bettel billige bettel dann in anführungsstrichen ja werde dann die ich mitnehmen muss dann hinten den kleinen geproxt von tristan den ruen lord von cities of sigma der mir einfach so ein bisschen gegen magie helfen soll was ein bisschen schwierig wird gegen croak aber schauen und dann haben wir noch einen zweiten rune sun ist jetzt hier nun fahrer aber den spiel ich als zahn auch noch mal mit axt und der hat die rune of unbreak so das bedeutet in drei vielen open einmal im spiel in eine bliebende phase sehr sehr starkes artefakt und noch den verbesserten storm auf die zwei plus die drei plus drei tödliche ist ein achter drop glaube ich habe gerade gezählt also die beiden rune sun sind im bounty hunter habe ich noch vergessen zu sagen genau ansonsten nur oder beteiligen genau wir spielen price of geld das ist der battle plan wo der zweite spieler immer ein marker aktivieren kann und ja kommen wir mal zu meiner armee so auf der anderen seite haben wir meine dinos natürlich ihr kennt mich aber nicht zander lizard sondern den zungenbrecher spiele ich heute traktorius tail oder wie es heißt ich spiele ein vierer drop und zwar habe ich einmal colin spricht mal kurz aus die entourage hier magnifis sind genau da drin ist heute wird viel geproxt so ist es bei übungsspielen mein troglodon die engine hier also ein troglodon ist da drin dann der asthlet bearer und der star priest ja die sind da drin und sonst ansonsten spiele ich noch ein battle regiment auch hier seht ihr lord croc ist auch geproxt genauso wie die pyramide aber wie gesagt die ganzen sachen sind noch auf dem weg dann spiele ich einen großen 30er block skinks einen 20er block und einen 10er block ich habe noch einen normalen priester dabei fünf saurus guard die croc beschützen falls mal ich auch fair kampf treffen sollte das zieler don und ansonsten kann ich natürlich auch noch beschwören das besondere ist ich habe zwei artefakte einmal das hauseigene artefakt das ist auf dem es der hat oder der kann dadurch auf die vier plus wieder aufstehen wenn er getötet wurde und dann habe ich ein zusätzliches artefakt denn die skins haben eigenes artefakt wo man auch auf die vier plus aufstehen darf und das hat mein troglodon genau und ich hatte ein vierer drop darf dadurch entscheiden wer von uns beiden anfängt und colin du hast natürlich die ehre gleich den ersten zug zu übernehmen und ja dann nehmen wir euch einfach runde für runde mit wir werden jetzt nicht alles im kleinsten detail film aber einfach immer am ende der runde machen wir so ein kleines recap was passiert ist so ihr lieben der colin hat seine heldenphase beendet und colin was hast du so gemacht ja bei der technik habe ich eine genommen die ich nicht schauen konnte weil tristan das ziel aktiviert und so purig war gemacht hat das ist so ein bisschen die schwäche meiner armee das was wir gerade noch vergessen haben ich habe natürlich in meiner liste noch alle drei invocations von fire slayern dabei und tristan hat noch die purple sun und cox dabei ich habe ein bisschen gebetet ich habe prayer of edge auf ihn gemacht minus 1 to wound ich habe mit ihm den flex wieder geholt der gleich mal schön auf die skinks drauf halten wird wahrscheinlich und ich habe mit dem kleinen lord er ist auch in der lage fire slay zu beten habe dann die invocation den mann fernhof geholt 12 hat sich dann 10 zoll bewegt alles klar so der colin hat sich bewegt alles so ein bisschen nach vorne geschoben aber natürlich nicht zu weit damit wie er sag ich mal auch nicht in meine ganzen sweat ranges rein läuft und jetzt gibt es nur noch eine sache diese runde zu tun und zwar ekelhafte feuer speier schöne fernkampf phase mag man das schießen alle nicht das heißt die kam erst mal alle in der nächsten fernkampf phase minus drei auf rent auf ihrer fernkampfwaffe ja und der rune smite aktiviert den flames wieder darf sich eine unit in 24 zoll aussuchen tatsächlich noch einmal schnell nach die drinnen die sind auch tatsächlich drinnen ja auch aber ich glaube wir halten tatsächlich auf deinem großen block muss die einheit in sichtlinie sein oder wie ist die muss in sichtlinie sein okay ja 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 das passt ja aber ja genau wir schießen auf den großen trupp die haben zwölf würfel weil es 20 oder mehr sind auf die vier plus das sieht gar nicht so schlecht aus eins zwei drei vier fünf sechs sieben einer und die zwei und die zwei ne das sind jetzt zwei auf die vier ach so du hast die die getroffen haben du hast genau ich nehme mal die die getroffen haben du hast einen sechser ein sechser habe ich eingeschafft dann nehmen sechs nach hause und damit ist Collins Zug beendet ist eine nullerrunde tatsächlich und ihr werdet sehen das ist aber nicht so entscheidend ich werde einen kommandopunkt ausgeben den ich mir erwürfelt hatte um die battleshock immun machen zu machen ich werde die sechs modelle wegnehmen und dann starten wir mit meinem ersten turn so sowohl bewegung als auch hero phase abgeschlossen mit meinem gländen stück habe ich gar nichts gemacht comments call habe ich eine 12 plus gewürfelt aber nur eine einheit auswählen dürfen und dann nur eine motel wound anbringen können das ist ein bisschen ärgerlich ansonsten die purple sun gecastet leider keine 1 gewürfelt zweimal schade aber rolle freut sich und ja was habe ich sonst noch gecastet ich habe hier die skins gebufft und ja jetzt schauen wir einfach mal was in der schussphase so passieren wird beziehungsweise ich könnte noch beschwören ich habe auf einen zauber verzichtet und bin mittlerweile insgesamt auf neun beschwörungspunkte und könnte jetzt halt noch eine einheit beschwören und eine einheit teleportieren so sieht es gerade insgesamt auf der platte aus und ja ihr seht es gleich was passiert ist so leute mein zug ist vorbei ich score vier punkte da ich hier zehn skins drauf beschworen habe ich habe den zwanziger block der gebufft war hinten in die ecke teleportiert um collins runelord rauszusnipern weil er ja plus zwei aufs bannen bekommt das ich hoffe halt dass die purpose dann einfach stehen bleibt und ja damit auch in der nächsten casting phase er mir nicht mehr so sehr auf die nüsse gehen kann ansonsten ist leider nicht viel passiert bastiladon hat mit einem getroffen und dann nicht verwundet troglodon hat getroffen aber nicht verwundet hier die skins die haben glaube ich einen schaden gemacht oder zwei irgendwie auf jeden fall irgendwie zwei von dir haben einen schaden also die also es konnten nicht alle schießen 17 stück haben einen schaden gemacht und die haben auch einen schaden gemacht gut wie gesagt jetzt kommt es denke ich stark auf dem roll off an und dann schauen wir mal wie es nach runde zwei oder während runde zwei aussieht so ihr lieben da wir uns im sparring befinden war der kollin so nett und hat mich daran erinnert dass ich natürlich die purple sun nutzen muss sonst hätte ich es vergessen und ihr seht was passiert ist also ich glaube kollin ich könnte uns gleich auch auf die couch setzen und da kurz mal ein paar takte zu sagen aber das ist einfach dumm also 70 punkte haben hier gerade wie viele punkte rausgenommen 340 und 320 also 680 punkte rausgenommen 660 660 und das ist halt einfach dumm und deshalb werden wir jetzt auch hier das spiel abhaken weil es lohnt sich halt einfach nicht jetzt noch weiter zu spielen ich würde meine battle technik diese runde wieder schaffen ich würde zwar nur ein marker halten aber ich glaube für den kollin wäre es jetzt insgesamt sehr schwer irgendwie noch mitzuhalten und da sieht man wieder dass dieses modell einfach nur dumm ist wir werden mit sicherheit gleich vielleicht noch ein partie zocken und dann nehmen wir euch da vielleicht auch noch mal mit ne so ja jetzt sind wir noch mal hier in meinem hobbyraum ja ihr habt es ja selber gesehen leider nicht live auf kamera die würfel aber ja zwei magma groß sind durch die purple sun gegangen in runde 2 muss man sagen drei würfel zwei einsen dabei ist halt komplett glück aber ich glaube es bestätigt sich einfach das was alle sagen die purple sun ist einfach dumm und gerade in so einer armee wo man plus fünf auf casten hat kommt die halt immer ich habe ja in der ersten runde quasi voll committet hab den gebufften skinblock hinten in die ecke teleportiert um den runelord zu töten der ja plus zwei aufs bann kriegt dispel und der kollin hat tatsächlich auch eine acht genau gewürfelt gehabt also dass wenn das der wurf mit dem plus zwei gewesen wäre die purpose dann auch weg gewesen das heißt man könnte sagen gute entscheidung ist dann ja ich habe noch nie gegen die liste gespielt ich glaube wäre das auch so nicht gekommen kollin und ich haben dann auch ein paar würfel geworfen bisschen durchgesprochen wäre es sehr sehr eng für mich geworden also vielleicht hätte kollin auch gewonnen und das wissen wir jetzt natürlich nicht das ist alles immer dieses was wäre wenn es halt jetzt so also nach ohne zweiter dann noch so viel was passieren kann und wir haben ja auch schon darüber gesprochen dass es jetzt vielleicht von uns nicht am besten überlegt war mit dem matchup weil das sind jetzt listen müssen wir vorher sagen müssen listen für ein team event wo halt wo es halt vorher ein pairing gibt und meine liste wird halt einfach nicht gegen den purple sun gepaart genau haben wir jetzt mal so gespielt war ja auch alles okay und ich glaube es wäre ein echt interessantes spiel geworden es war klar ich habe dafür extra den runelord dabei der halt sowas verhindern könnte klar gegen seraphon dann mit teleport beschwörung viele zauber dann auch maximale entfernung und so ist halt auch schwer den am leben zu halten und dann habe ich halt nur noch den normalen 9er display und der ist halt sehr unwahrscheinlich richtig hinzu kommt noch dass man sagen muss ich habe recht glücklich dann gewürfelt aber was kollin sagt euch sagen möchte wenn wir für die worlds trainieren haben wir acht spieler wo nur einer die purple sun spielen kann also auch im gegnerteam spielt nur einer die purple sun das heißt wenn kollin die fire slayers spielen würde würde eh niemals gegen die purple sun spielen das ist auch ein grund warum ich jetzt in meiner liste zum beispiel nicht die allseits bekannte 0sidian icon drin habe auf dem battlesmith der mir noch den vierer spell und endless spellignore gibt haben wir gerade gewürfelt hätte mir auch nichts gebracht weil ich nicht die vier schaffe aber das ist der grund weil ich weiß okay im team event werde ich normalerweise mit der liste oder sollte ich nicht gegen die einzige purple sun aus acht listen gepaart werden und dann ist es halt okay wenn das passieren würde dann würden wir alle den tobi eins auf die mütze geben weil das wäre schlecht gepaart und den coach und den aber ich glaube insgesamt hat man einfach gemerkt dass dieser endless spell komplett drüber ist ich meine das war jetzt mein fünftes spiel und das erste mal dass sowas passiert ist nichtsdestotrotz habe ich auch schon über twitter bei anderen youtuber kollegen sage ich jetzt mal aus dem ausland gesehen wie dann zwei more crusher gegangen sind beim mini paradise turnier waren ja auch so sachen dass ich glaube sogar mal magasch oder marion irgendwie gefressen wurden das ist einfach dumm das versaut das spiel und ich glaube es gibt aktuell zwei dinge die ich finde die haben nichts im kompetitiven bereich aber auch privaten bereich verloren das sind einmal die purple sun und die cornspine also ich finde das sind einfach zwei dinge darauf könnte man verzichten und deswegen wird dieses video jetzt auch kürzer als gedacht schade trotzdem korn und ich wir werden jetzt noch schön entspannen eine pfeife rauchen dann was essen gehen weil ihr wisst ja korn kommt ja gebürtig aus münchen gerade also gebürtig aus dem ruhrgebiet aber ist ja in münchen ist jetzt zu besuch heißt wir lassen es uns jetzt noch gut gehen dann haben wir in ja knapp vier tagen unser erstes assessment center wo wir auch drauf sind und dann gibt es die revanche ich hoffe wir spielen zusammen ich hoffe wir spielen zusammen mal gucken was sich die kollegen da einfallen lassen und da werden wir euch natürlich mitnehmen jetzt wo ich dich schon mal hier abkollen jetzt ist ja auch in den letzten tagen ein bisschen was passiert wieder bei uns als spieler hatten wir ja quasi ein paar hausaufgaben zu erledigen jetzt wo ich dich schon mal hier können wir ja mal drüber sprechen was mussten wir denn jetzt machen oder haben wir beide auch in den letzten tagen gemacht also angefangen hat es ja mit den zwei listen abschicken die möglichst alle battleplans abdecken sollen aus dem neuen ghp einfach damit ja der mannschaftsrat so ein bisschen sieht wie man auch listen bauen kann und ob man dazu in der lage ist genau und dann ging es halt darum dass alle listen öffentlich gemacht wurden und wir als spieler für jeden battleplan von für unsere armeen eine einschätzung abgeben sollten und für jede gegnerische liste von eins bis fünf eins ist dabei ja dass man so ungefähr 0 bis 3 punkte holt und die fünf werden dann ungefähr 17 bis 20 punkte also ein großer sieg was man natürlich dabei sagen muss ist man dass wir uns nur die listen angucken und wirklich nur die battleplans ohne irgendwelche anderen einflüsse genau wie welcher spieler spielt da sind und würfel und so weiter genau und bei den einschätzungen zu den battleplans da geht es halt darum einfach so kriterien wie mobil ist meine liste kann ich teleportieren kann ich beschwören das heißt die szenario ist mit mehreren markern kann ich die erfüllen wie sieht das aus wenn zum beispiel nur drei marker sind ich selber aber kaum gv einheiten in der armee habe das ist natürlich sehr schwer was wir jetzt auch gespielt haben price of gallet wenn ich habe jetzt es ist jetzt zum beispiel auch ein etwas schlechtere battleplans für meine liste weil ich halt nur eine veteran unit dabei habe und wenn der gegner dann schon niedrigen drop hat so wie tristan hatte mir den ersten turn gibt sagt dann ja das ist das ziel was aktiviert ist und das wird proving ground ich kann mit zehn wohlkarts nicht drei ziele abdecken wegen der langsamen bewegung genau und dann habe ich score ich halt in runde 1 0 punkte und tatsächlich hätte ich ja jetzt in runde 2 auch noch deinen den du freigesetzt das hinten bei dir ja den haupt den hatte ich ja schon okay dann ist das genau wieder was gelernt so geht genau und dann hat hat jeder die listen abgeschickt und dann ging es darum auch dass zum beispiel der collen seine beiden listen gegen meine beiden listen einschätzt auch mit einem kleinen kommentar was so die gedanken dahinter sind und im assessment center wird es dann wir wissen es nicht aber ich meine wir sind ja auch nicht auf den kopf gefallen dann wird es ja wahrscheinlich danach gehen wir haben wir unsere listen in gewissen matchups eingeschätzt dann werden wir gewissen matchups oder mit gewissen matchups konfrontiert also das heißt der max der tobi der mann und auch der wolfgang die werden sich natürlich gedanken gemacht haben das ganze analysieren und dann uns in situationen zwingen wo ich jetzt zum beispiel weiß nicht gegen kollin gesagt habe meine liste ist eine zwei das heißt zwischen vier und sieben punkte und dann wollen wir einfach sehen hat der tristan kann er das gut einschätzen oder auch der collen vielleicht im gegenzug gut eingeschätzt ich kann euch sagen sind witzige sachen wir konnten auch schon sehen wie andere spieler ihre liste eingeschätzt haben da gehen liebe grüße raus an hansi da in unserem matchup haben wir uns beide irgendwie schlecht eingeschätzt aus verschiedensten gründen also da bin ich eigentlich heiß drauf gegen zu spielen um zu sehen ob ich mich komplett verschätzt habe oder der hansi ich werde euch natürlich mitnehmen konnte und ich werde auch gemeinsam hinfahren mit dempo noch liebe grüße in der haus nach bochum an die kennerkinder und ich nehme euch damit auf den weg so gut es geht natürlich ist für mich auch das erste mal ich weiß jetzt nicht wie sehr ich da eingespannt sein werde aber ich versuche euch so transparent wie es geht viele dinge mit auf den weg zu geben und ja die letzten worte bei dir ich habe bock aufs wochenende und wird richtig geil ich habe das ja letzt dieses jahr für die letzten world schon mitgemacht auch wenn ich nicht aktiver spieler war aber es macht aber super spaß ein ganzes wochenende auf höchstem niveau zu spielen da lernt man einfach super viel ja gut dann war es das mit diesem video konnte ich euch quasi doch noch ein video jetzt bringen für den freitag die datei wer mich verloren geht jetzt weiß ich worauf ich darauf zu achten habe wenn es euch gefallen hat lassen down nach oben da abonniert den kanal wird mir helfen und ist auch immer schön als content creator wenn da feedback kommt von den leuten dann weiß man dass es den leuten gefällt oder auch nicht also wenn ihr sagt hey das war jetzt eigentlich das video hättest du dir auch sparen können dann weiß ich das auch für die zukunft aber ich bin halt so jemand gerade aktuell ich konsumiere halt jeglichen content gefühlt im deutschsprankenraum deswegen finde ich ist das nicht verkehrt und ansonsten ja ich hoffe bei euch ist nicht so heiß wie bei mir hier in der bude das ist nämlich eine katastrophe und schönen tag noch ciao ciao